Hey, was geht's liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush for the WikiT9, zurück bei Let's Play Spark The Electric Chester 3. Okay. Nachdem wir hier nun alle normalen Level von Spark 2 abgeschlossen haben, haben wir uns tatsächlich hier Area unbekannt bekommen. Areal und das unbekannte Areal kommen Out of Bounce. Endless Dive. Dive. West Floor. Oh. Ist das so praktisch, wie weit man kommt hier? Wie weit man runterkommt? Oh. Oh, was? Ist das so ein Kampfbereich? Ich dachte, dass man einfach nur auf Fallschaden achten muss und drei leben. Oh Mann. Prost Mahlzeit. Okay, das ist immer noch der erste Stock hier. Oh, shit. Der Lava ist wieder Boden hier. Für mich nennen die mich wirklich ja die Pac-Man-Geister und die Lach-Kichen auch so wie welche. Äh. Nein. Boah. Vielleicht ist der Sensen-Mann genau das Rettke für euch. Ah, shit. Oh. Come on. Okay. Zweites Stockwerk und hier ganz kleine Spackos. Oh. Der wirft mit Granaten? Hä? Das kann er schnell knigge. Oh. Ich bin in die Granaten reingerannt. Kommst du dann auch mit Bossen zu tun hier? Okay. Schön, dann ist es abgeblockt hier. Nein. Jetzt darf man Float wieder ran. Wir haben Schwert-Techniken. Jetzt kommen alle Geister, äh, Marki-Geister zum Einsatz, hä? Äh, nope. Shit. Hätte ich bloß Spitz-Heiter-Hingen gerade drauf. Verdammt noch mal. Die Rote wollte dem halt immer gerne, oder was? So. Jetzt, wo der Heiler weg ist. Komm jetzt. Steht längst keine Gefahr mehr. Oh. Oh. So. Du. Jetzt mach mal Schluss hier. Oh. Nope. Lass mich in Ruhe. Ihr, das verfolgt mir die ganze Zeit. Okay, das hat aufgehört. Ein Glück. Werfen jetzt alle nur Granaten hier? Oh, shit. Oh, shit. Wenn ihr jetzt mal geheilt durch diesen einen Geist. Schluss jetzt. Denn, heil, Quatsch hier. So. Jetzt machen wir Schluss mit euch. Oh. Ah, Mann. Was, die Arena ist auch... Ja, toll. Na, toll. Erster Lebensverlust. Im siebten Stockwerk. Ja, super. Gleich Schaden erleiden hier. Bumschwitzen nervt am meisten hier. Aber jetzt ist er da. Oh, no. Da hat man ja kaum jetzt Bewegung hier. Die Arena wird immer klein, oder was? Oh, shit. Und die Kleinen sind sehr schnell down dann. Hey, ist die Zaunkrenzen jetzt eigentlich weg, oder was? Oh, jetzt ist sie wieder da. Autsch. Ja, toll. Ach, shit. Letztes Leben. Ja, ist das fair? Während die... Während die... Während die Hässe ist hier... Oh, Mann, Mann, Mann. Au. Shit. Gekommen. Die Arena ist ja wirklich extremst klein hier. Was soll das denn? Ja, äh, vor allem ist das fair hier, oder was? Nein. Nicht nochmal, Freundin. Schluss jetzt. Letztes Leben. Oh, no. Was? Beast Spark? Oh, shit. 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 Oh, man, den muss ich doch auch besiegen können. Immer zwei Angriffe kommt der. Oh, shit. Flammen war ich total vergessen. Nein! Nein! Hä? Puh. Hey, wo schützierst du denn hin? Come on. Nein! Der letzte Angriff! Ah, nein! Kann ich damit vom Checkpoint wieder fortsetzen hier? Nee. Also nur soweit man kommt. Ich müsste also wieder von vorne anfangen. Nee, da habe ich keine Lust. Weiß nicht, ob man den Level irgendwie beenden kann. Ob es da irgendein Ende gibt. Aber es ist halt so eine Art Boss Rush. Oder wen? Also so ein Bereich, wo man mehrere Gegner bekämpfen kann. Ich schätze mal, ich schätze mal, ich hätte da vielleicht Heil, wie ich mit irgendwelchen Heil-Upgrades aufstatten müssen. Also mit diesen... Mit einer Heil-Power. Ich schätze mal, ich könnte den Chester wegtun dafür. Und hier. Hm. Ja, das ist Overcharge. Cloud-Shot. Gut, was springt da so? Hier. Chaos Blast. Dann noch der... Schuss. Hm. Hm. Ich meine, die Fusion ist eigentlich auch an sich gut. So. Ich denke, so passt das. Dann probieren wir es jetzt noch ein einziges Mal. Aber nur ein einziges Mal. Wir haben noch genug Zeit. Puh. Für In-Spot gibt es ein extra Leben, ha? Ich versetzte mal, das war dann auch vom ersten Checkpoint der letzte Gegner hier. Chaos Blast. So geht's einfacher gegen die Gegner. Warum bin ich nicht, äh... Sparks geblieben hier? Oh, shit. Overdrive! Ja, so geht's einfach gegen die ganzen Gegner. Was ich ausgerüstet habe, war halt nichts. Besonderes. Jetzt reicht's. Come on. Hehe. Das macht so viel Damage, beziehungsweise... Vermilchtet so viele Gegner, ey. Ah, shit. Come on. So, jetzt vollkommen ohne Dichtes Treffer. Teilweise. Nope. Kannst du knickern, Freundchen. So. Immer schön geheilt bleiben. Dann werde ich auch kein Leben unnötig. Oh, er wird sogar von seinem eigenen Angriff getroffen, oder was? Oder habe ich mit der Geist vielleicht schaut? Oh, Gott. Aua. Äh. Nope. Der Scheißschuss verworst mich viel zu lange hier. So, er ist der Geist endlich weg. Heilung. Ja, du hättest deinen Kollegen heilen müssen, Freundchen. Was hast du denn davon? Und weg. Okay. Puh, wir gehen richtig ab hier. Schluss mit deinen blöden Altheiten hier. So. Ich liebe es. Oh, was? Was machst du außerhalb des Rings? Okay. Wir haben noch ein bisschen Energie gehabt. Wir haben noch ein bisschen gelebt. In ihnen steckt noch ein bisschen Leben drin. Ich heile mich am besten. Ich kriege die Energie für den nächsten Chaos-Place schon... ...schnell genug zusammen. Ich muss auch hier jetzt mal wieder zu meiner Fusion wechseln, weil... ...die Wette ist mal aufgebraucht beim Chaos-Place. Der wird zu seiner eigenen... ...durch die Granate von seinen Kollegen getroffen. Ich finde das so... ...ah, geil! Ja. Ich muss mal aufbewahren sein, bis dass diese Gegner kommen. Ach, scheiße! Nein! Was? Okay. Ich habe... Glück noch... Nein! Ach! Tja. Ja, und vor allem... ...das ist wirklich unfair. Das muss wirklich rausgepatcht werden, weil das ist echt nicht... ...das ist echt nicht fair, dass man da... ...während den Übergang... ...also während man wieder belebt wird, hier... ...leben verliert. Das ist echt nicht fair. Dann ist es auch nicht fair, dass er hier... Ach, komm her, du! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Bleib das lange stehen da! Mann! Zwei unfaire Treffer wieder! Oh! Geh endlich sterben! Und jetzt du... ...denn sie! Nope! Danke für den Energieschub! Durch die guten Blocks hier! Ah, shit! Na toll! So! Schön feste Drophie! Uh! Nein, 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 nein! Wir haben ihn fast! Und... ...das wär's! Oh! Ja, wir haben einen Checkpoint, äh... ...erreicht. Ach ja, die haben so einen blöden Schild. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß, wann... ...wann... ...wann der sich löst hier... Oh! Durch Konter! ... ...nein! Das reicht's! Shit! Aua! Jetzt hab ich nur einen von ihnen getroffen! Und der ist noch nicht mal down! Ich wollte nämlich beide treffen, deswegen hab ich mich jetzt so oft getroffen, äh... ...getroffen, ja. Shit! Ah! Komm schon, ich brauch wieder Heilung! Äh! Lass's gut sein, du! Kommst bald genug dran, Freundchen! Oh, shit! Hab ich noch nicht genug, keine tiefe Heilung? What? Jetzt, wa! Yes! Yes! Nope! So, einer ist down! Nope! Hehe! Perfekter Konter stoppt sie wirklich komplett! Oh! Auch der Schwert kam fein, ist was zum... Wie die mich so... Wie die mich so in... ...verdammten... Oh, shit! Wie die mich in den... ...Laberboden hier geschubst haben... ...heilung... ...ist mir lieber... ...mit dem bin ich auch so fertig... Ach, komm! Ich würde den Bogen schwitzen manchmal... Nope! Und weg! Nope! Nein! Ach, shit! Wenigstens trifft er seinen eigenen Kameraden damit! Shit! Ich könnte die Energie eher für einen Powerbooster so gebrauchen... ...und nicht immer für Heilung! Look los! Huh? Ja? So, vollkommen fit. Shit. So, jetzt hat er einen kleinen Powerboost. So, reich er uns so kräftiger zu. Oh shit, diese Laser sind schon wieder, diese Lasergitter sind schon wieder so blöd aufgestellt. Uff. Ich muss aufpassen, wo ich hin, der ist schon dabei. Okay. Das wäre jetzt so gut. Okay. Na, kommt mal hier. Chaos Blast. Ah shit. 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 Das Blocken ging mal wieder schief. Oh come on, du Arsch. Unterbrech mich nicht. Was sollte das jetzt? Na komm jetzt Das ist echt Das sieht aus dem Nichts hier Ja So weg mit dir Du Riesenbaby Let's do Okay Oh shit In deinem Timer Ja toll Ja toll Ja komm Ist das fair oder was Na wartet So Das hat wenigstens die meisten endlich aufgeräumt Das war wieder unnötig der Lebensverlust Äh Tom mit Lava Boden So Okay damit kann man die Schilder sofort lösen Das ist einfach nur Ein perfekter Konter Jedes Mal Oh dann sind die Gegner ein leichtes Eigentlich Ach schon wieder mit dem Timer Da war die Heilung jetzt gerade Unnötig fast Ach steh auf man Steh auf Nein Jetzt reicht's So Weg mit dem Shit Ich hoffe ich schaff das noch Oh shit Nein Was soll die Scheiße Ich wollte doch Chaos Blaster einsetzen Das hat mir nicht mal mehr Zeit dafür gegeben Da Ohne Dieter Lebenverlust Oh shit Ja toll Zwei Bosse oder was Und ich drücke Blocken Und schon Jedes Mal in der Mitte Sekunde Wo ich es nicht drücke Bin ich getroffen Heiliger Scheiße Au Au Okay wenn man einmal einen perfekten Abblock Dann wird auch der andere Abgebrochen Also praktisch abgeblockt Shit Ja Werden beide Abgeprangst Das war ein bisschen zu schnell gerade Mann Au Ja Als ob ich hinten Augen hätte Scheiße Komm schon Heilung Ein Glück Aua Nope Nope Nee Jetzt kommt der andere auch noch dazu Selbstverständlich Okay einer ist gleich down Sehr schön Au Ach komm Das ist ja voll fair Wenn du mal von der Lavastelle hier weg gehst Genau deswegen Komm her Hier spielt die Musik Au Hey Komm her Mann Hoff mich mit Fernangriffen Ja zu treffen Das war Saueng Und Tschüss Ach das war der nächste Checkpoint Oh schon wieder mit dem Timer hier Aber wir sind weit gekommen Das ist wirklich so ein kompletter Endless Run Mit einem Rekord Keine Ahnung wie das genau Unterteilen soll Aua Das kommt wieder aus dem Nichtsangriff Ich habe gar nicht Keine Vorwarnung gesehen hier Okay Wieder eine gesunde Mischung hier Au Ja toll Scheiße Was ist wenn die mich packen müssen So Aja Voll fair Ne Ha Ha Was ist Es steht ja einfach nur da. Was war denn da jetzt los? Halt euch nicht. Verdammt. Oh. Nope. Okay. 24. Wir sind eigentlich in einem ganz guten Lauf hier. Auch hier wieder auf den Timer beschränkt. Ey. Geh mit deren Timern. Oh Mann. Ich kann kaum was sehen hier. Shit. Ich bin so direkt auf mir drauf gelandet. Das sieht echt merkwürdig aus gerade. Ach come on. Als ob. Beim letzten Angriff. Als ob爱. Alles. Alles. Musik wie Clarke. Musik made.